Hi, ich bin Halitik und wenn du Lust hast, mit so einem Mini-Quad in die Luft zu gehen oder mit so einem oder mit so einem kleinen Ding, dann bleib dran, denn dann habe ich genau die richtigen Videos für dich. Wenn du nämlich gerade ganz frisch angefangen hast oder vielleicht noch gar keine Ahnung von dem Thema hast und dich einfach mal so ein bisschen berieseln lassen willst, was du alles brauchst, worauf du achten musst oder oder oder, dann habe ich in den nächsten Videos für dich Themen wie, was ist FPV, wie lädt man einen LiPo-Akku, wie baut man einen Quad zusammen und noch ganz viele andere Sachen, die dir für den Anfang einfach helfen werden und dich an den Punkt bringen, wo du das allererste Mal mit so einem Mini-Quad richtig in der Realität draußen fliegen kannst. Ich persönlich bin selbst noch weit davon entfernt ein Pro-Pidot zu sein, aber ich weiß, wie man fliegt. Und genau das kann ich dir eben auch beibringen. Von daher kann ich dir nur empfehlen, guck meine Videos, guck auf jeden Fall auch Videos von anderen Leuten, wie zum Beispiel Mr. Steel, falls du Englisch gut kannst. Schau mal auf Facebook nach irgendwelchen FPV-Gruppen, wo du einfach mal auch Fragen stellen kannst und du dich einfach generell mit dem ganzen Thema ein bisschen mehr beschäftigen kannst. Kleiner Tipp für Facebook-Gruppen, erst recherchieren, gucken, ob du die Frage vielleicht selbst irgendwo schon beantwortet bekommst und erst, wenn du gar nicht weiter weißt, dann eine Frage stellen. Wenn dir die Videos gefallen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder über einen Kommentar freuen. Wenn du kein Video mehr verpassen willst von denen, die jetzt bald rauskommen werden, dann subscribe gerne meinen Kanal, würde ich mich auch sehr darüber freuen natürlich. Du findest mich übrigens auch auf Instagram, Link ist unten in der Videobeschreibung. Da poste ich auch immer wieder neuen Content, da seht ihr auch live in meinen Storys, wenn ich mal irgendwo fliegen bin. Und weil ich schon das ein oder andere Mal jetzt darauf angesprochen wurde, ich habe auch eine Patreon-Page angelegt, wo ihr mich einfach über das Subscriben und Kommentieren und Liken hinaus unterstützen könnt, wenn ihr das wollt. Alle Videos, das ist alles komplett kostenlos, alles komplett frei, ich mache das alles in meiner Freizeit, alles aus eigener Tasche. Von daher würde ich mich natürlich über jede Form der Unterstützung freuen, aber auch einfach nur zugucken und subscriben. Damit könnt ihr mich einfach auch schon super krass unterstützen. Super krass, als ob ich irgendwie 15 bin. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an meinen Elements, beziehungsweise Sebastian, der mir den Ort hier zur Verfügung gestellt hat, um ein paar der Videos zu drehen. Und natürlich an den Kameramann, Matthias, der hilft, das Ganze gerade aufzunehmen. So, das war's mit dem Intro. Als nächstes kommt das Video mit dem Thema, was ist überhaupt FPV? Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.